dieses video wird präsentiert vom ea creator network und jetzt viel spaß mit dem video hello again und willkommen zum nächsten season 19 exklusiv video wer es nicht mitbekommen hat ich hatte early access gameplay und so weiter und so fort schaut euch die letzten videos an patch notes battle pass und so weiter und so fort es gibt eine menge zu verpassen es gibt eine menge zu sehen es gibt cross progression und so weiter in diesem video gibt es alles was es zu conduit zu sehen gibt informationen gameplay gab es schon ich möchte euch heute alle legendären skins zeigen emots finisher und so weiter und so fort vorher gibt es noch exklusiv bilder wir fangen direkt mal an nummer eins dann haben wir nummer 21 selfie mit watson die wohl scheinbar gedauert ist dann haben wir nummer drei nummer vier das ist ihre taktische fähigkeit schild über zeit sozusagen auf gibbie gerichtet dann haben wir die ultimative fähigkeit die grad auf die gegner wirkt die ulti ist wirklich sehr sehr stark dann haben wir das müsste immer sein wenn ich mich nicht täuschen seht ihr dann auch gleich in dem video und jetzt springen wir direkt zu den skins und so weiter und so fort viel spaß dabei vergesst nicht zu abonnieren denkt dran es gibt fette verlosungen zum start und ich würde sagen viel spaß mit dem rest des videos ab und auf ab und wir Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020